Ja, wollen wir mal sehen hier. Jetzt haben wir unseren Schweizer. Wollen wir sehen, was der bringt. Und dann haben wir hier unseren Corona-Gefährdeten in Urlaub Corona weggeholt als Profi. Das ist auch nicht toll. Aber wir wollen hoffen, dass er jetzt wieder fit wird. Ja, siehst du, das läuft ja schon mal gut. Die Techniker, kannst du das sehen? Das sind Techniker. Das war's der Seite, hoffentlich. Mit unserem besten Fitmacher, Herr Kapell, Sebastian, macht sie alle fit. So, Jungs, das ist erfreulich. Die beiden laufen auch schon wieder. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch schön fertig an meine Rente. Immer schön arbeiten. Macht nicht flau, Jungs. Peter muss seine Rente haben. Alles klar. Tschüssi, nur Hausfrau. Tschüss.